Hey Pyrdos, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es für euch die Big Balls von Xplode. Ja, es sind wirklich riesige Teile im F2 eingestuft und das sind riesige Crackling Bälle, die da drin sind. Ja gut, verarbeitungstechnisch jetzt nicht so liebevoll verpackt, gemacht, sag ich mal, mit dieser Folie einfach da drum gewickelt. Drunter ist einfach so eine Plastikkugel, wie man es von den Knatterbällen kennt. NEM 45 Gramm ist natürlich schon eine Ansage für diese drei Bälle. Deswegen, ich bin gespannt, auf den Videos hat es echt sehr sehr heftig ausgeschaut und dann hätte ich gesagt, testen wir jetzt die Big Balls von Xplode. Xplode Big Balls. Den zweiten hinterher, und den dritten. Ja! 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 V shell ich moving! Und bis jetzt! Ichべ criticism. Stop! Es ist tonnes. Ich glaube, da haben wir helfen! crushed.... Ja! Untertitelung des ZDF, 2020